Musik Weil es in unserer heutigen Sendung, meine Damen und Herren, um einen Komödienschreiber, was sage ich um einen Komödienschreiber, um Aristophanes, den Stammvater unserer besten Komödienschreiber, mit dem er also um das Lachen geht, müssen wir zunächst ein paar sehr ernste Worte verlieren. Denn mit den Schattenseiten unserer Seele, mit Schmerz, Neid, Eifersucht, Angst, Einsamkeit, haben unsere Dichter durch die Jahrtausende kaum ein Problem. Da hat sich wohl in der Welt der Empfindungen relativ wenig verändert. Ein Unglück reißt Liebender auseinander, der Reiche ob siegt, obwohl er im Unrecht ist, der Anständige wird enterbt, die Schöne, die begehrte Frau wendet sich einem anderen selbstredend, unwürdigend zu. Das alles sind Konstellationen, die uns berühren, ganz gleich, ob uns Eschilos oder Shakespeare, Goethe oder Brecht die Geschichte erzählen. Trauer und Mitgefühl scheinen somit eine konstante menschliche Empfindung zu sein. Aber das Lachen, das Lachen sicherlich auch, aber die Gründe dafür, können wir heute noch komisch finden, was unsere Eltern, unsere Großeltern erheiterte? Sind die Komödien von Shakespeare, Goldoni mit ihren doch eher simplen Verwechslungen, noch der Stoff, der ein ungebildetes Zwerchfell erschüttern kann? Und wie sieht es aus, wenn dieser Stoff der Heiterkeit aus einer für uns eher fremden Kultur stammt? Ich erinnere mich noch deutlich an ein Seminar, dem ich als Student der Sinologie an einer berühmten amerikanischen Universität, das war in Berkeley, beiwohnte, und das den schon leicht fragwürdigen Titel trug Einführung in den chinesischen Humor der Ming-Zeit Teil 1. Es war die Vorstufe des Seminars Einführung in den chinesischen Humor der Ming-Zeit Teil 2. Ein Humor, der gleich einer zweisemestrigen akademischen Einführung bedürfte, schien mir, um es vorsichtig zu sagen, ein wenig weit entfernt vom befreienden Lachen. Natürlich haben wir Studenten dann trotzdem gelacht, doch recht erinnert nur deswegen, um unseren Professor nicht zu enttäuschen, der für uns mit so vorbildlicher wissenschaftlicher Akribie den Höhepunkt der Komik herausgearbeitet hatte. Kann es uns damit Aristophanes mit seinen klassischen Komödien, den Parabeln Lysistrate oder die Vögel, die Frösche mit den Stücken Wespen oder Wolken leichter ergehen? Immerhin entstanden diese Werke gut 400 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Und in einer Kultur, die zwar die unsere mitgeprägt hat, das sei jederzeit zugestanden, doch gewiss nicht so tief geprägt, als wären wir jederzeit in der Lage, einem Gespräch unter gebildeten, spaßfreudigen Athenern auf dem dortigen Markt beizuwohnen, um mit ihnen an der entscheidenden Stelle in ein mitwisserisches Lachen auszubrechen. Und dennoch sehen wir, und das, wie ich finde, völlig zu Recht, in Aristophanes einen der Unseren. Einen, der uns etwas auf den Weg mitgab, das nicht nur für unsere europäische Kultur unverzichtbar ist. Das Lachen, das Lachen als Waffe der Aufklärung. Von dem Autor selbst, von Aristophanes also, wissen wir bedauernswert wenig. Er soll um 450 vor Christus, also vor unserer Zeitrechnung, in Athen geboren und eben dort 60 oder 65 Jahre später gestorben sein. Somit erreichte er bedauerlicherweise nie jenes glückliche Greisenalter, das die großen anderen, das die großen Tragöden seiner Zeit nutzen konnten, um der eigenen Unsterblichkeit noch in dieser Welt näher zu rücken. Sie erinnern sich, Eschelos vielleicht wurde 90 und von den anderen kann man das auch sagen. Sie haben erst im hohen Alter richtig angefangen zu schreiben. Auch wie Aristophanes aussah, können wir uns nur aus frommen späteren Projektionen vorstellen. Selbstverständlich hatte er eine hohe Stirn, das gehörte sich natürlich für einen Denker und Dichter und sein Dichterhaar soll gelockt gewesen sein. Einer seiner Gegner, der athenische Heerführer und Kriegstreiber Kleon, versuchte in Athen gegen Aristophanes Stimmung zu machen, indem er ihn bezichtigte, kein wahrer Athener, sondern Ausländer zu sein. Immigrant aus Rodders vermutlich Ägypter. Und da spielte das Aussehen wohl eine gewisse Rolle. Wir erkennen den Fremden ja immer daran, dass er gelockte Haare hat. Auch der Topos der Fremdenfeindlichkeit, meine Damen und Herren, hat also in unserer Kultur einen sehr, sehr langen Bart. In diesem außergewöhnlichen glücklichen Fall, ich rede jetzt von der Auseinandersetzung mit Kleon, siegte nicht der Verleumde, siegte eben nicht Kleon, sondern der Dichter Aristophanes, der dann seinen Widersacher als ein blasenwerfendes, aufgepumptes Würstel aufgespießt hat. Natürlich nur im Theater, natürlich nur in der Literatur. Was man von Aristophanes mit einer gewissen dokumentarischen Verlässlichkeit sagen kann, leiten die Historiker aus seinen Stücken ab. Ein paar Titel haben wir vorhin schon genannt. Von den 40 Stücken, die er geschrieben und für die er eine ziemlich große Zahl von Theaterpreisen eingeheimst hat, erster Preise, zweite Preise, dritte Preise, sind immerhin noch elf vollständig erhalten. Neun davon spielen in der Zeit des Peloponnesischen Krieges, also etwa zwischen 430 und 400 unserer Zeitrechnung. Peloponnesische Krieg zwischen Athen auf der einen und Sparta und seinen vielen Verbündeten auf der anderen Seite. Es war also ein aus der Sicht des Aristophanes höchst aktueller, sozusagen zeitgeschichtlicher Krieg. Der Dichter war erst Mitte 20 und griff nun dieses grauenvolle Geschehen aus einer ganz außergewöhnlichen Position an. Aus der Stellung nämlich eines konservativen, wenn man es so sagen darf, eines konservativen Anarchisten. Es hatte sich nämlich im Athen jener Jahre einen Berufsstand breit und populär gemacht, eine Art intellektuelles Plebeiatum, den wir im heutigen politischen Geschäft kennen, diese Begriffe als Spin-Doktors oder als PR-Berater, als vermeintliche Kommunikationsexperten kennen. Damals hießen sie Sophisten, Sophia, die Weisheit. Und sie hießen Sophisten, Weisheitslehrer. Und mit ihrer Kunst des Argumentierens oder des Zuspitzens eines Argumentes und des Wortjonglierens konnten sie praktisch jedes mögliche Programm sehr, sehr überzeugend vertreten und verkaufen. Insbesondere natürlich die Programme, die den Krieg verlängerten. Denn an einem langen Krieg verdienten viele. Und so wurden diese Sophisten sehr, sehr gut dafür bezahlt. Auch das ist nichts Neues in unserer Gesellschaft. Es geht bei Aristophanes also um politische Komödien. Wobei aber der Begriff des Politischen nicht auf Parteipolitik beschränkt werden darf, sondern all das erfasst, was in der Gesellschaft damals verhandelt wurde. Zu ihrem Glück oder zu ihrem Unglück. Und in das Unglück des Krieges führt uns die Komödie Lysistrate ein. Das Stück spielt in Athen, in der Nähe und auf der Akrupolis, zu einer Zeit, da der Krieg gegen Sparta schon 20 Jahre im Gang ist. Lysistratar, die Heldin, ihr Name lässt sich mit Heerauflöserin übersetzen. Lysistratar trifft sich mit Lampito, einer Frau aus Sparta. Die beiden beschließen, Frauen aus allen Stadtstaaten Griechenlands, also aus all diesen Staaten, die in den Krieg einbezogen sind, zusammenzurufen, um durch die einzig effektive Maßnahme, die ihnen zur Verfügung steht, dem Krieg ein Ende zu bereiten. Sie werden sich ihren Männern so lange verweigern, bis endlich Frieden ist. Die Frauen legen dazu über die Gegnerschaft der Männer hinaus einen langen, langen Schwur ab, der sehr, sehr explizit auflistet, was alles den Männern im Bett vorenthalten werden soll, in und um das Bett herum. Gleichzeitig erobert und besetzt eine Gruppe älterer Frauen das Büro der Kriegskasse auf der Akropolis. Und die Frauen weigern sich, das Geld herauszugeben. Alte Männer versuchen, die Barrikaden anzuzünden. Die jungen Männer sind ja alle mit Krieg beschäftigt. Doch ihr Feuer beantworten die alten Frauen mit Wasser. So wird auch dieser Brand gelöscht. Die Frauen gewähren keinen Zutritt zu ihrem Schatz. Lysistrata erklärt dem Magistrat ihre Strategie. Besser gesagt, sie diktiert ihre Forderungen nach Frieden. Und der Magistrat reflektiert in einer Männern sehr vertrauten Bitterkeit darüber, wie es denn eigentlich so weit habe kommen können, dass sich die Frauen das Fordern erlauben können. Die Front der streikenden Frauen hält nicht immer so fest, wie Lysistrata es gerne gesehen hätte. Die eine oder andere Kämpferin hätte gerne die eine oder andere Streikpause eingelegt. Aber Stoffernes demonstriert hier auf sehr treffliche Weise, dass sein Argument am besten dann trifft, wenn man auch kleinere Ausnahmen gestattet. Aber am Ende zeichnet sich schon an der Form der Hosen der frustrierten Männer aus Athen und sperrte ab, dass Lysistrata auf der ganzen Linie siegen wird. Linie siegen wird. Es kommt zu Friedensverhandlungen, bei der eine erregende Schönheit mit dem Namen Versöhnung Beide Seiten noch einmal darauf hinweist, worin der Preis der Verhandlungen liegen kann. In Eros. Wenig später darf dann der Chor, dürfen wir alle, meine Damen und Herren, feiern. Jedenfalls für eine kurze Zeit. Auch Aristophanes durfte feiern, denn beim Wettbewerb der Stücke-Schreiber im Jahre 411. Die Handlung war praktisch zeitgleich. Er hielt ja den ersten Preis. Und das gelang ihm noch zweimal. Und auch an anderen Preisen fehlte es nicht, obwohl Aristophanes kein unumstrittener Dichter war. In seinem Stück »Die Frösche« nimmt er sich seinen Kollegen, seine beiden Kollegen, nimmt er sich Eschelos und Euripides vor. Gerade der Dramatiker Euripides ist ihm ein Arg, weil dieser, so der Vorwurf von Aristophanes, die hohe und hehre Kunst der Tragödie gleichsam kommerzialisiert, dem billigen Geschmack des Publikums geopfert zu haben scheint. Ein Schmieren-Tragödie sozusagen. Auch das ist eine alte Diskussion. Wir haben, meine Damen und Herren, vorhin vom politischen Dichter Aristophanes gesprochen. Und auch an dieser Stelle möchte ich die Absicht des Dichters als eine politische herausstreichen. Die Absicht hier in der Kritik seines Kollegen Euripides. Es geht um die Bewahrung tradierter Werte. Es ist eben nicht gleichgültig für eine Gesellschaft, ob auf ihren Bühnen grundlegende Werte verhandelt werden oder ein gefälliger Puppanz aufgeführt wird. Dass diese Kritik ausgerechnet von einem, wie es früher hieß, Lustspieldichter vorgebracht wurde, mag auf den ersten Blick überraschen. Aber wir haben ja bereits erfahren, dass Aristophanes kein Spaßvogel, sondern ein besorgter, brillant schreibender, konservativer war. Und ein Anarchist. Also lachen wir über Aristophanes. Und lachen wir über Lesistrata. Und lachen wir auch ein wenig über uns, über den Bayerischen Rundfunk. Der klingte sich vor gut einem halben Jahrhundert aus einer Gemeinschaftsproduktion der ARD, der Lesistrata, aus, weil, wie es hieß, die Komödie das sittliche Empfinden der Bevölkerung verletze. Aristophanes hätte darüber gelacht. Er war eben ein kluger Konservativer. Ein Anarchist. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!